der teilnehmer die wir hier am start haben auch das müssen die das muss erst einmal gelingen ein doppel sieg auch gut raus oben und setzt den telemark rein also hat ein bisschen verzichtet auf die optimale weiter hat sich da schon vorbereitet in den gedanken auf die landung und 33 meter mit telemark also dass der sieg für juri tepesch also hier schade jetzt sehen wir es nur von vorn da geht er schon ein bisschen aus dem zug raus um eben da unten die landung auch reinzusetzen das muss man auch machen also da gibt es gar nichts anderes